Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei eHIO. Ich habe neulich was relativ Witziges entdeckt, und zwar so eine kleine rote Platine von WIRTELEKTRONIC. Die haben ja alle möglichen Design-Kits und alle möglichen Demo-Boards für ihre Bauteile. Und die haben auch ein paar Ingenieure dort sitzen, die diese Dinger bauen. Und einer davon hatte die Idee, man könnte mit so einem Step-Down-Modul, WIRTE hat ja mittlerweile so einen Step-Down-Converter, hatte die Idee, man könnte mit so einem Step-Down-Modul ein Netzteil bauen. Also nicht einfach nur so, ich hätte gern von 24 Volt 5 Volt, sondern ich hätte gern von 24 Volt irgendwas mit einem Porti Einstellbares. Und wie er das gemacht hat, dachte ich mal, gucken wir uns jetzt mal an, weil wir haben ja vor einiger Zeit schon mal im Livestream ein Netzteil gebaut, ein linear geregeltes, ganz primitives Netzteil. Und wie das jetzt hier funktioniert, schauen wir uns einfach mal an. Dazu schauen wir uns aber ganz zuerst mal an, wie eigentlich überhaupt so ein Step-Down-Converter funktioniert. Ich habe hier mal das Blockschallbild davon uns hingepackt. Wir kommen hier mit einer Eingangsspannung rein. Und diese Eingangsspannung wird über den FED, ganz klassischer Aufbau FED, ShotKey-Diode und einer Spule, wird diese Spannung runtergeregelt auf eine einstellbare Spannung. Und die einstellbare Spannung hier hinten raus, wird über den RZ eingestellt. Da gibt es dann im Datenblatt ein paar Angaben, wie groß der RZ sein muss, wenn man jetzt irgendwie eine Spannung hinten von 5 Volt, 12 Volt oder so haben möchte. Der RZ regelt das Ganze über den Feedback-Zweig hier, über den Error-Amplifier. Und dieser Error-Amplifier regelt auf 0,8 Volt runter. Also die 0,8 Volt befinden sich hier. Und wie wir im OPV-Video gelernt haben, befinden sich 0,8 Volt auch hier, weil er quasi hier einen virtuellen Kurzschluss mit 0 Volt erzeugt und dann hier hinten raus entsprechend regelt, dass hier dieser Zustand, also hier diese 0,8 Volt oben und 0,8 Volt unten auch wirklich anliegen. Man hat hier nochmal 10K dran, die man optional hier mit einem Pin 1 auf Masse legen kann. Dann brauchen wir quasi einen Widerstand. Wenn man jetzt hier zum Beispiel 178 Kiloohm anlegen würde, dann steht laut Datenblatt drin, kriegt man hinten eine Ausgangsspannung von 15 Volt hin. Wenn wir das jetzt mal kurz berechnen, wir haben hier oben 15 Volt, gehen runter über die 178 K, kommen hier in den Feedback-Zweig rein und nehmen uns diese 10K intern einfach nochmal mit, hätten dann einen Spannungsteiler, entsprechend 178 K, unbelasteter Spannungsteiler und kommen dann hier auf eine Spannung von ungefähr 0,798 Volt oder so. Das heißt, wir haben hier ungefähr die 0,8 Volt. Der regelt also in unserem Fall die Ausgangsspannung auf 15 Volt, damit er eben hier diese 0,8 Volt auch vorfindet. Wir gucken uns jetzt das Ganze mal hier am Arbeitsplatz so ein bisschen an. Ich habe hier einen Multimeter stehen und ich habe hier ein Netzteil stehen. Wenn wir jetzt einfach mal die Regelung ganz zurücknehmen, können wir einfach mal die Spannung vom Netzteil einschalten und kriegen am Multimeter immer noch die 0 Volt raus, so in etwa. Der hat auch einen Ausschalter mit draufgepackt, weil der Step-Down hat einen, der hat quasi einen, kann man es nochmal zeigen, der Step-Down-Converter hat einen Nebeleingang, den hat er hier mit diesem Output verbunden, der das Netzteil hier gebaut hat. Und wenn man jetzt hier die Stromregelung mal auftritt und die Spannung hochdreht, dann sieht man, wie sich das auch hier wundervoll verändert. Wir haben jetzt quasi hier die 15 Volt und können dann quasi beliebig runterdrehen bis auf 0 Volt, also ganz klassisch, wie man es von einem Netzteil jetzt erwarten würde. Stromregelung, wenn wir jetzt die Stromregelung mal Richtung Anschlag drehen, Richtung 0 drehen, dann bricht die Spannung plötzlich zusammen. Und das Ganze, wir haben hier den Eingangsbereich, steht drauf, 18 bis 36 Volt. Ich bin jetzt aktuell bei 18 Volt und ich habe jetzt eine Ausgangsspannung von ungefähr 16 Volt, also knapp über diesen 15 Volt, die angeschrieben sind. Wenn wir jetzt die Spannung mal runterdrehen, bei 17 Volt haben wir immer noch die 16 Volt Ausgangsspannung, es hat nur ein Volt-Drop drin. Und sobald wir jetzt hier auf 16 Volt kommen und drunter, kriegt er natürlich ein Problem und fängt dann natürlich an, sich da irgendwelche Sachen aufzuschwingen und so weiter, weil er einfach die Spannung nicht mehr geregelt kriegt, klarerweise. Also der Step-Land vor sich hin versucht es zu schaffen, kann es natürlich nicht. Also wir brauchen hier schon unsere 18 Volt mindestens und das Ganze geht bis 36 Volt hoch, also um 32 wäre jetzt das Limit vom Netzteil hier. Selbst da ist auch, wenn ich jetzt hier irgendwas an der Eingangsspannung verändere, sprungartig, da ändert sich an der Ausgangsspannung nichts. Die Regelung funktioniert also sehr gut, so wie es ausschaut. Wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Ich gucke, ob es warm wird. Ne, hier wird nichts warm. Oh, der Widerstand hier wird warm. Ich habe hier 47 Ohm dran, weil ich mir wie immer die Finger verbrennen muss. Wir haben ja hier schon mal gesagt, wie das Ganze aussieht. Grob, wie die Spannungsregelung beim Step-Down funktioniert und macht hat der jetzt hier Folgenest. Der geht quasi direkt hier auf diesen Feedbackzweig und manipuliert den, weil man kann natürlich jetzt einfach diesen Feedbackzweig manipulieren und das ist ganz ähnlich gemacht wie bei unserem linear geregelten Netzteil. Ich habe jetzt hier praktischerweise auch einen Schaltplan liegen von dem Netzteil, wie es aufgebaut ist. Wir haben hier oben quasi dieses Step-Down-Converter-Modul, dieses Fixfertiger, also alles, was quasi hier in diesem Blockschaltbild drauf ist, befindet sich hier drin. Das wäre das Step-Down-Modul. Hier haben wir unseren Feedback-Anschluss und dieser Pin 1, dieser 10K-Widerstand, hängt hier intern an diesem IntRFB und der hat hier keine Verbindung. Das bedeutet also, dass der frei hängt. Wir haben also den Feedback frei hängen und der hat jetzt hier einfach einen 18K-7-Widerstand nach oben zum Ausgang verbunden und einen 1K-Widerstand nach unten. Laut Beschreibung will er hier maximal 15,8 Volt haben. Wenn wir jetzt diese 15,8 Volt uns wieder überlegen, mit unserem Spannungsteiler, den wir hier haben, so wie vorhin, wir haben hier 15,8 Volt, gehen über einen Widerstand mit 18,7K, hier geht es Richtung Feedback rein und dann hat er unten nochmal 1K-Widerstand, das ist ein 1K-Widerstand gegen Masse. Wir halten also hier einen Spannungsteiler und wenn wir den Spannungsteiler berechnen, kommen wir hier auf 0,80 Volt. Das bedeutet, der regelt uns den Ausgang, weil die 0,8 Volt die Bedingung korrekt ist, regelt uns den Ausgang auf ca. 15,8 Volt. So, und wenn wir jetzt hier weiter schauen, hat er hier, wie ich ja vorher gesagt habe, wir müssen hier irgendwo manipulieren, wir müssen hier irgendwas reinkriegen. Jetzt hat er hier plötzlich noch einen Widerstand dranhängen und dieser Widerstand hängt an zwei Operationsverstärkern mit einer Diode, einmal der hier und einmal der hier. Der Operationsverstärkerpfad hier oben, wir fangen mal mit dem einfach an und schauen mal, was der so macht. Der Operationsverstärkerpfad da oben hat hier einen Eingangsspannungswiderstand, ein K, dieser R12, geht hier runter, geht hier auf TP3, Testpunkt 3, Connector 22 und geht hier über den 0,05 Ohm Widerstand gegen Masse. Der Connector 22 ist der Minusanschluss von unserem Netzteil, also von unserer Platine. Der Connector 21 wäre der Plusanschluss. Wir kriegen hier also eine Spannung abhängig von dem Strom, der hier über diesen 50 Milliohm Widerstand fließt. Bedeutet also, der Operationsverstärker, der Zweig da oben, wird vermutlich die Stromregelung für uns übernehmen. Hier hinten können wir die Spannung einstellen, über den Potte von 0 bis 5 Volt und der Zweig hier vorne regelt entsprechend des Stromes, der hier fließt, die Spannung, die hier anliegt. Der Diode ist als Schutz da, damit die zwei Operationsverstärker unabhängig arbeiten können. Komplett gleich gemacht, wie bei unserem Netzteil, das wir im Stream gebaut haben. Die Spannung hier erzeugt einen Strom über diesen 1,87 Ohm Widerstand. Dieser Strom fließt hier runter, fließt auch über den 1,0 Ohm Widerstand drüber. Und dieser Strom erzeugt uns jetzt hier eine Spannung, einen Spannungsabfall. Bedeutet, der Punkt wird theoretisch nach oben gehoben. Die Spannung würde hier steigen, damit die Spannung hier auf 0,8 Volt bleibt. Wenn wir hier das Potenzial erhöhen und der Strom hier durchfließt, muss natürlich gleichzeitig die Spannung hier hinten bei den 15,8 Volt verringert werden, damit eben hier unterm Strich 0,8 Volt übrig bleiben. Das versucht eben, wie gesagt, der Operationsverstärker hier, dieser Aero Amplifier auszuregeln. Das kann er natürlich auch nur machen, soweit es ihm möglich ist in physikalischen Grenzen. Aber in dem Bereich, wo wir hier arbeiten, funktioniert das ja einwandfrei. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch mal hier an der Platine selber an. Wir messen jetzt dann gleich die Punkte. Die Dioden kann man hier erkennen grob. Die zwei Dioden befinden sich hier. Das sind die Operationsverstärker entsprechend, die wir hier haben. Und jetzt messen wir mal an diesen Punkten. Wir müssten dann sehen, dass die Spannung hier hochgeht. Wir müssten hier 0,8 Volt messen können. Wir müssten irgendwo hier oben bei dem Widerstand anliegen. Und dann können wir auch gleichzeitig sehen, wie die Ausgangsspannung runtergeht. Ich drehe jetzt mal das Potti auf Anschlag, also auf maximale Ausgangsspannung. Das bedeutet, der hat aktuell 15,9 Volt, wie man erkennen kann. Und wenn ich jetzt einfach mal den Punkt hier messe, müssten wir an dem Punkt die 0,9 Volt messen. Ja, das stimmt auch soweit. Also hier am blauen kann man jetzt schon 0,9 Volt erkennen. Und wenn ich jetzt hier am Regler drehe, am Potti drehe, dann sieht man auch, dass diese blaue Kurve, die gelbe ignorieren wir jetzt mal, aber die blaue Kurve kann man erkennen, die hüpft so ein bisschen. Die kann man so leicht hüpfen sehen. Und dass die blaue Kurve so leicht hüpft, das liegt daran, dass der Regler natürlich nicht unendlich schnell ist. Also der muss auch mal nachregeln und das dauert einfach ein paar Millisekunden. Deswegen hüpft diese blaue Kurve mal kurz, bis sie dann wieder die 0,9 Volt erhält. Also ich bin jetzt an der Diode, hinter den Dioden von der Spannungsregelung. Wenn ich jetzt hier am Drehknopf drehe für die Spannungsregelung, kann man erkennen, blau, kann man erkennen, dass ich nicht drauf bin, blau ist die Spannung, die ich vorhin aufgezeichnet habe, an den Dioden. Diese Spannung geht hoch und man kann natürlich jetzt auch ganz rechts oben an dem Multimeter erkennen. 8,9, 7,6, 7,4. Gelb, die Ausgangsspannung. Gelb geht runter. Also gerade so, wie ich es gerade vorhin erklärt habe. Die blaue Spannung geht hoch, Kanal 2 und die Ausgangsspannung geht somit runter. Und so wird die Spannungsregelung von diesem Netzteil gemacht. Die Stromregelung funktioniert 1 zu 1 identisch, wenn man jetzt irgendeine Spannung einstellt und man kommt irgendwo an den Punkt, wo der Strom überschritten wird. Hüpft die Spannung nach oben und die Ausgangsspannung bricht zusammen. Also die Spannung an den Dioden hüpft nach oben, weil der gemessene Strom zu hoch wird im Vergleich zu dem eingestellten Strom. Auch hier kann man, wenn man ganz feinfühlig ist, natürlich ganz, ganz vorsichtig den Strom einstellen. Aber an sich ist eine Stromregelung, wie man es ja kennt, eher was Flottes. Man stellt 20 mA ein und will eine LED testen oder sowas. Und da muss man natürlich schon sehr schnell die Spannung runterbrechen können, damit das Ganze auch funktioniert und so. Genau, das war es mit der Platine. Ich werde mir die Schaltung mal so ein bisschen weiter verfolgen. Ich werde mir die mal ein bisschen genauer anschauen, weil ich denke, dass man auch ein, zwei Dinge für unser Netzteil vielleicht raus uns überlegen könnten. Genau, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen, wenn irgendwelche Fragen sind, wenn ihr irgendwas weiteres wissen wollt. Also Operationsverstärker verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Da gibt es ja schon einige Videos dazu. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.